Was so geht in der Stadt, die niemals schlägt, wenn Holger und Frank unterwegs sind in Blue Jeans und Twinos mit Coke, Pepsi und Oreos. Meine Aufnahme läuft auch gut und dann holst du mir mal den komischen Kopfhörer aus den Treuen und sag herzlich willkommen zu unserem zehnten Podcast Frankie Goes to Holgerwood. Es gab ja jetzt lange Zeit nichts, wir haben eine kleine Sommerpause gemacht. Beim letzten Mal haben wir da ganz schön gefroren, als wir da am See gesessen haben. Ja, so langsam geht es eher mit Schwitzen los. Ja, da sind wir schon mittendrin in der Schwitzphase. Ja, und bevor sich jetzt das ganze Abenteuer jetzt hier auch schon wieder dem Ende zubewegt, mit großen Schritten, müssen wir mal noch ein paar Folgen raushauen. Wir hatten ja uns als Ziel gesetzt, mal mindestens eine pro Monat. Wir sind jetzt bei der zehnten Folge, da sind wir gut im Schnitt drin, würde ich sagen. Ja, und wir haben uns heute auch mal wieder eine schöne Location in New York ausgesucht. Und zwar, ihr seht schon im Hintergrund, Brian Park. Der Rasen ist Gott sei Dank gesperrt, weil sonst wäre dahinter die Hölle los und wäre doch noch viel zu laut. Aber so habt ihr wieder ein bisschen New York Sound am Start. Ja, das liebt ihr ja so sehr. Und ja, wie gesagt, ich habe noch 88 Tage. 88 Tage. Stand jetzt, Stand heute. Naja, hast du so eine Gewehrreinigungskette, wo du jeden Tag eins abknipst, wie bei der Bundeswehr damals? Ich habe mir in der Tat eben so eine App runtergeladen und habe mir so einen Countdown eingestellt. Weil, ganz ehrlich, so irgendwie läuft ein bisschen die Zeit weg, weil man macht jetzt die Sache und die Sache und findet wieder neue Sachen raus. Und eigentlich glaube ich auch, man könnte zwei Jahre hier bleiben. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, es setzt auch langsam so die, gibt es auch die Tage, wo man sagt, boah, die Stadt, die kann auch ganz schön nerven. Du weißt das ja, du kennst das ja. Ja, ich habe ja zum Glück nie in der Stadt wohnen müssen. Aber ja, das ist schon sehr anstrengend. Wenn man hier nicht rein geboren ist, ist es herausfordernd. Naja, auch die irische Lady ist auch gerade zu Besuch. Die ist gerade unterwegs. Sie sucht eine Toilette, was man öfter mal hier in New York macht. Sucht eine Toilette und wir werden nachher noch schön in den Irish Pub zu McSorley's gehen. Unten die siebte Straße nach Noho und werden da das ein oder andere Bierchen trinken. Ein kleines Feierabendbier, genau. Ja, oder auch zwei. Oder auch drei. Der wurde zwei zum Preis von einem gekriegt? Da ist bis jetzt so das günstigste Bier trinken überhaupt. Ah ja. Kann man direkt als kleinen Tipp hier... Ja, können wir einleiten über das Bier trinken oder was die letzten Wochen so gelaufen ist. Ja, was die letzten Wochen so gelaufen ist, dann fang du mal an. Oder soll ich anfangen? Nein, fange ich an, ich habe ein bisschen mehr zu erzählen, weil ich hatte mehrere Besuche gehabt. Ja, ja, du warst ja voll unterwegs. Wir machen ja heute die Folge über die Aussichtsplattform. Genau. Und da ich jetzt eine ganze Menge Besuch hatte, sagen wir mal jetzt im Mai und im Juni, konnte ich natürlich ein paar Aussichtsplattformen ausprobieren. Und die, die mir noch fehlt, die hast du ja im Portfolio. Genau. Wir werden insgesamt über fünf Hochhäuser und Aussichtsplattformen sprechen. Ein bisschen Kosten und was die Vor- und Nachteile von den verschiedenen sind. Ja. Ja. Und naja, aber vorher mal ein bisschen zum Warmwerden nochmal die letzten zwei Monate. Also gut. Einfach so ein paar Highlights, würde ich mal sagen. Also die ich jetzt wieder so ein bisschen rausgefunden habe. Weil einfach nur, das ist immer schön, wenn man Besucher hat, probiert man auch mal Sachen aus, die man selbst noch nicht gemacht hat. Ja. Also ich war erst mal bei einem Baseball-Match, ne? Yankees gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen, ist aber auch egal. Ich wollte eigentlich nur mal die Stimmung da mitkriegen und dieses Yankees-Stadion in der Bronx. Sieht eigentlich ganz cool aus. Muss ich ehrlich sagen, die Karten waren auch gar nicht so teuer. Ja, die machen ihr Geld mit Food und Getränkeverkauf da. Genau. Da können wir kurz mal eine Ansage machen. Drei Dosen Bier und zwei Tüten Chips für 70 Dollar. Das sind aber doch noch ganz besondere Chips, ne? Ja. Ganz normale Lays oder was das war. Keine Art. Ja, und das war aber trotzdem, was man wert. Wie gesagt, die Karten sind günstig. Wenn man hier ist, kann man das mal machen. Das ist aber im Grunde genommen, wir hatten auch einen Regelkundigen dabei, ne? Ein was für? Einen Regelkundigen. Ah, okay. Einen, der die regeln kann. Und dann war es ein bisschen interessanter, wie man sich einfach da reinsetzt und guckt, wie du den Ball mit dem Stick da durch die Gegend rüberkriegst. Ja, Ball mit Stöckchen hauen. Das ist ja eigentlich auch deine Sportart, ne? Ja, genau. Allerdings die weißen, die weißen Bälle. Na gut, und dann hatte ich Besuch im Mai von Markus. Und da war ich in so einem kleinen Jazz-Club. Tommy Jazz. Und zwar ganz in der Nähe, wo ich wohne, in der 53. Straße, Ecke, also zwischen der 2. und 3. Avenue. Das ist ein japanischer Jazz-Club. Also sehr asiatisch angehaucht. Aber extrem cool. Gibt es keine Reservierung. Da geht so die Treppe runter in den Keller. Und ich habe mich immer gewundert, warum da so eine Schlange steht. Und irgendwann habe ich gedacht, gehst du mal fragen? Dann sagt sie, ja, wir können mal gut essen und können mal gut Jazz hören. Und dann haben wir uns mal angestellt, als die Schlange nicht so groß war. Beziehungsweise eigentlich gar keiner da war. Haben an der Tür geklopft. Erstmal wollten wir dann schon wieder weggehen. Und dann ging die Tür auf und sagt, ja, wir wollten was essen. Und dann kommt rein. Und dann waren wir wirklich in einem total schnuckeligen, kleinen Jazz-Club. Und ich hoffe, Holger, da kommen wir noch mal rein. Ein japanischer Jazz-Club. Da muss ich an Lost in Translation denken. Ja, vielleicht. Suntory-Time. Und auf jeden Fall super Essen. Preise sehr gut. Gute Preise. Und wirklich nicht so experimenteller Jazz, sondern wirklich so konnte man sich anhören. Das war auch so ein kleines Highlight. Das war okay. Ja. Was soll das sein? Nicht-experimenteller Jazz. Ich dachte, das ist alles experimentell. Ja, das wurde alle dann auf einmal kreuz- und querspielt und irgendwie schon so Melodien, die man auch irgendwo so mal im Hinterkopf irgendwo mal gehört hat. Ja. Was hatte ich da noch aufgeschrieben? Jo. Ja, Williamsburg war es ja mit dabei auf der Ruftop-Bar, ne? Stimmt. Da kommt aber noch eine eigene Folge über Ruftop-Bars, also auf Hochhäusern mit Alkohol. Heute kommen die Hochhäuser ohne Alkohol. Können wir aber schon mal sagen, dass das eine ganz coole Geschichte da war, ne? Können wir als Teaser, jawohl. Ja, als Teaser, also hört euch die Folge von den Ruftop-Bars an. Für mich war es an dem Abend ein bisschen ungünstig gelaufen, denn ich hatte aus Versehen eine Krabbe gegessen oder Braun oder wie ich das auch immer nennen und ich bin da anscheinend allergisch gegen. Ich hatte es auch 20 Jahre nicht mehr ausprobiert und ich bin, ich habe es jetzt ausprobiert und ich bin immer noch allergisch dagegen, weil ich wusste nicht, dass es war so ein chinesisches Dumpling und da war so ein Ding drin. Ja, das war reingequirlt. Ich habe auch eins gegessen und es hat überhaupt nicht nach Fischzeug gespielt. Ja, genau. Und ich hatte auch gefragt, ist da irgendwas mit Fisch oder Düngens drin und sagte, ne. Und ich habe mir das Ding reingehauen und dann war der Abend für den Frankie gelaufen. Ja. Aber gut, machen wir bei der Ruftop-Bar vielleicht nochmal die Story. Aber ich lebe noch, allerdings war es echt unangenehm. Du sahst auch unglücklich aus in dem Moment. Ich sah aus wie Rocky Balboa, weil mein rechtes Auge angeschwollen ist. Karl Dall. Ohne Quatsch habe ich so noch nicht gesehen. Ja, Karl Dall. Ja, wirklich Karl Dall. Dann war ich im Ghostbusters Haus. Yeah. Yeah. Da werden wir den Holger aber auch noch mal hinschicken. Da will der Uli aus Sachsen-Anhalt mich da ja schon seit Jahren mal hinschicken. Ja, aber da gehen wir noch hin. Das ist ja unten Voice. Da kommen wir heute fast vorbei, oder? Ja. Heute nicht. Aber das machen wir auf jeden Fall noch. Und ja, das war ganz cool. Da gibt es auch am nächsten Wochenende bzw. in der Vergangenheit schon gelaufenes Video, weil der Podcast kommt ja ein bisschen später. Und dann würde ich auch mal sagen, das reicht. Ja, Bushwick. Doch, Bushwick. Bushwick. Echt, Bushwick ist einer meiner Lieblingsstadtteile, Mitarbeiter geworden. Ohne Quatsch. Auch drüben in Brooklyn, ne? Ja, du hast vielleicht gesehen, was ich da gepostet habe, was wir da gegessen haben. War das das Taco oder das Grieche? In der Grieche ist Astoria. Astoria, ne? Die Hot Dogs? Ja, habe ich gesehen. Boah, die waren geil. Ja. Die waren super geil. Aber du hattest einen Burger, ne? Ne, Anne hat einen Burger. Ich hatte übrigens zwei Hot Dogs. Den zweiten habe ich gar nicht mehr fotografiert. So einen kleinen Würstchen, dann willst du damit, ne? Ja, aber da gibt es auch den Bushwick-Biergarten, der ist auch so cool, ne? Ja. Also diese Liste von Sachen, die wir noch machen müssen, die wird immer länger. Ja, aber die müssen wir machen. Unerträglich lang. Bushwick müssen wir machen, am Wochenende freitags oder so mal. Dann nehmen wir noch hier Erik mit. Ja. Ja. Also das müssen wir machen. Wie gesagt, da war Bushwick Street Festival, wo diese ganzen Graffiti-Künstler da Graffitis teilweise live gesprüht haben. Alles war auf. Überall war feiern. Ein Geruch von Weed ging durch den ganzen Stadtteil. Ja, wie hier auch. Du warst also richtig gut drauf. Und ich guck doch mal, bin ich doch am Aufnehmen eigentlich? Bestimmt. Ja. Du mal mit deiner Technik. Ja, ich bin noch am Aufnehmen. Ja. Da müssen wir trotzdem machen. Ja, auf jeden Fall war ein richtig cooler Ort und da müssen wir noch mal hin. Ja. Auch dieses Santa Salza, dieses Essen. Da haben wir noch mal eine Extra-Folge von die coolsten Essen, die wir gemacht haben. Nochmal Street Food. Also wir machen auf jeden Fall mal noch eine Burger-Folge. Die kriegen wir locker hin, die kriegen wir locker hin. Und nochmal die coolsten Essen, Street Food. Weil ich war ja auch, wie du gesagt hast, in Astoria. Ja, genau. Du hast ja… Aber da gibt es ja ein Video. Da gibt es ein Video zu. Aber wie mit den Burgern. Wir müssen es irgendwie nochmal schön zusammenfassen. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zu dir. Du hast weiter College. Ja, so richtig viel Spannendes ist eigentlich nicht passiert. Also nicht so aufregend wie bei dir. Na gut. Also die College-Besichtigungen haben angefangen. Da gibt es auch ein kleines Video schon bei mir, wo ich mit Liese losgefahren bin. Und da haben wir uns halt so ein College angeguckt. Und ja, da kommt noch mehr jetzt im Sommer. Werden wir uns noch ein paar anschauen. Damit sie sich entscheiden kann, wem wir unser Geld in den Rachen werfen. Dann der Airport, ne, hat ausgemacht. Ja, wir haben… Also der Airport war immer offen, aber der hatte ziemlich wenige Flüge bei uns da oben. Da kann man jetzt mit einer Airline über Island, mit Zwischenstopp in Island, direkt aus Deutschland hinfliegen. Und die haben unter… Also Eröffnungspreise hatten sie jetzt von, ich glaube, 120 Euro einen Weg von Berlin nach New York. Das ist momentan… Nur mit Sitzplatz. Also da ist dann kein Koffer und nichts mit drin. Ja, aber ganz ehrlich, das ist momentan echt günstig, weil ich habe Tickets jetzt gebucht für Juli. Habe ich nochmal einen kurzen von dem Heimflug. Ja. Und 1.500 Euro. Ja, also im Sommer ist halt crazy. Du buchst jetzt auch keins für 120 Euro. Die sind im Sommer, zahlst du da auch 300, 400 Dollar für so ein Flugticket. Aber das Schönste ist halt, ich muss mir diese großen hektischen Flughäfen nicht antun, wenn ich es mal irgendwann benutzen werde. Wobei, JFK war echt entspannt jetzt, wie ich die irische Lady abgeholt habe. Aber die irische Lady hat noch keinen Rückflug. Die hat zwar einen Rückflug, ist aber auch auf der Warteliste. Oh shit. Vielleicht muss sie länger hier bleiben. Naja, gut. Hat ja einen Platz zum Schlafen. Gibt Schlimmeres. Das wäre kein Problem. Ja, dann was noch? Du hattest noch was? Ja, wir waren zusammen wandern. Ja, die Wanderung. Die war doch cool. Die Wanderung, die war schön. Komplett in 360-Grad-Kamera. Das war nett. Hatte ich sonst noch irgendwas? Nach der Wanderung bin ich übrigens krank geworden, so ein bisschen. Ja, aber wir hatten kein Seafood. Ich glaube, ich war vorher. Ja, irgendwas verschleppt. Irgendwas verschleppt. Das macht man ja gerne. Da war dieses 35-Grad-Wochenende, wo die Klimaanlagen geballert sind. Da war einer raus und dann hier in der U-Bahn. Das ist ja der Katastrophe. Ja, da frierst du. Schwitzen, U-Bahn, erfrieren. Also das ist der Wahnsinn. Gut. Was war sonst noch bei dir? War da irgendwas Bowling? War da noch Bowling? Bowling ist ja ständig. Oder Singen oder so was? Ja, Lisa hatte einen Auftritt in so einem kleinen Theater bei uns. Das ist so eine Musikerin. Die sammelt immer mal alle Schüler zusammen und macht mit denen zusammen Musik. Schön im Theater dann. Und da war Lisa dieses Mal mit dabei. Ja, das war das coole Theater, ne? Das Peakskill Theater, das hat's ein Welbe-Theater. Da gibt's auch ein Video von. Da gibt's ein kleines Video vom Abschlusslied, habe ich mitgefilmt. So ein kleines klassisches Theater. Wirklich cool. Und ja, da war da eine. Ah ja, wie gesagt, bei euch hat er jetzt Kolping aufgemacht, ne? Kolping. Da gehen wir dann jetzt am Sonntag. Ja. Gehen wir mal hin und essen und trinken und sitzen in der Sonne. Und heute ist auch das erste Konzert am Fluss bei uns. Da gibt's ein Video von mir vom letzten Jahr, wo ich beim ersten Konzert am Fluss war. Aber das Wetter ist heute nicht so geil, dass man da am Fluss rumsitzen möchte. Ja, das ist jetzt nicht so, also ist angenehm, ne? Ich bin manchmal ganz froh, dass ich nicht schwitze. Morgen wird's wieder fies. Ja, morgen 33 Grad, aber am Wochenende wird's ganz angenehm. Ja, und wenn wir dann die 3er-Drohne ausprobieren am Sonntag? Ja, genau, die Mini 3 Pro ist ja bei mir und die liegt seit zwei Wochen im Regal. Ungeflogen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Aber mittlerweile gibt's drei Updates und ich hoffe, dass alle Fehler behoben sind und dass ich jetzt dann wunderbar fliegen kann. Und dass das Ding nicht vom Himmel fällt, ne? Ja. Da wird's dann auch ein Video von geben, denke ich mal. Ganz bestimmt. So, jetzt haben wir 10 Minuten Einladung gelabert. Genau, aber das passt ganz gut, weil jetzt gehen wir einfach die ganzen Plattformen durch. Weil, wie gesagt, ich war ja auf allen bis auf dem One World. Ja, und ich hab mal die Preise rausgeschrieben und zwar immer nur der günstigste Erwachsenenpreis. Ohne irgendwelche Extras und Specials. Und wir fangen jetzt mal vom günstigsten bis zum teuersten, arbeiten wir uns jetzt mal vor. In der Regel könnt ihr bei jeder Plattform, wenn ihr dann Premium, Sonnenuntergang und bla 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 haben wollt, nochmal das Doppelte draufschlagen, manchmal sogar noch mehr wie das Doppelte. Ja, oder Express-Dinger, dass man nicht warten muss. Also, mit Geld kommt man in Amerika halt weiter. Ja, aber sowas unterstütze ich nicht, Express-Schlange, das hasse ich ja wie die Pest. Dass es sowas überhaupt gibt, so Zweiklassengesellschaft. Aber das haben doch hier unsere Freunde aus Bremen auch, ne? Den Express-Butler im Heidepark. Ja, das gibt's ja in Phantasialand so. Wer zahlt, kommt schneller vor. Nee, da bin ich ganz eisern, sowas mache ich nicht. Allerdings habe ich doch schon das ein oder andere Premium-Paket da gebucht, allerdings ohne Express-Schlange. Okay. War auch nicht notwendig. Dann gehen wir jetzt auch ohne Express durch die Liste durch. Und das günstigste Hochhaus oder die günstigste Plattform wäre mit ab 38 Dollar für einen Erwachsenen, die Edge in den Hudson Yards. Ich war da noch nicht, du warst da. Was gibt's da zu erzählen? Die Edge in den Hudson Yards. Und zwar war ich da mit meinem Sohnemann. Ich hab's noch mal günstiger gekriegt, wenn man in New York wohnt, resident ist. Dann kriegt man's sogar noch mal für 34 Dollar. Wo ihr bald aber rechnen müsst, da kommt immer noch Text drauf, ne? Also Text kommt noch drauf. Also sind wir ungefähr bei um die 40 Dollar, sag ich jetzt mal. Oder knapp runter. Immer so 10 Prozent über den Daumen. Genau. Dann ist man gut unterwegs. Genau. Das ist die höchste Aussichtsplattform in der westlichen Hemisphäre. Aber wie meinst du? Draußen anscheinend. Also der höchste Balkon, ne? Sagt man so. Ja. Diese Edge. Das ist ja im Grunde genommen, hatte ich schon ein Alleinstellungsmerkmal. Du kannst also innen, bis innen gibt's da ein Restaurant oben übrigens, wo man essen kann und eine Bar, wo man was trinken kann. Und draußen gibt's halt dieses Dreieck, was nach vorne zuläuft. Ihr werdet jetzt immer während des Meet, die Leute, die den Videopodcast gucken, kriegen jetzt Bilder eingespielt, weil ich hab ja überall mit dem iPhone gefilmt. Und wie gesagt, das ist schon ganz cool. Das ist so ein nach vorne spitz zulaufender Riesenbalkon, wo, ich würd mal sagen, mindestens drei, vierhundert Leute drauf passen. Aber der Clou ist ja, das hat einen Glasboden, ne? Genau. Der ist nicht komplett durchsichtig, sondern vorne, so im vorderen Bereich, gibt's so eine Art Dreieck, Viereck, wo man dann nach unten gucken kann. Und da muss man sich schon, wenn man, sagen wir mal, mit Schwindelfrei ist, schon überwinden drüber zu laufen. Ja, das ist ein komisches Gefühl, ne? Ich war in Chicago mal auf dem Willis Tower, da gibt's auch diese Glasbalkone. Und den ersten Schritt nach draußen, da kriegt man ganz warme Füße. Aber irgendwann geht's dann. Also ich würd mal sagen, vom Fotografischen her ist es nicht so gut geeignet, weil überall Glaswände sind und die teilweise gar nicht mal so toll geputzt waren. Weil jeder muss doch auch anfassen, ne? Ja, jeder hängt auch mit seiner Nase dran. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, man will ja schon was fotografieren auch. Für Handy ist natürlich kein Problem. Smartphone, alles gut für so, wenn du wirklich gut fotografieren willst, nicht so geeignet. Ich denke mal, das ist recht cool bei Sonnenuntergang, ne? Weil es ja direkt am Hudson River ist hinten, ne? Ja. Du hast Blick auf alle wichtigen Gebäude. Also Blickrichtung ist, Blickrichtung Hatzen, Richtung Fluss? Ja, so rechts liegt der Hatzen und dann Blickrichtung geht das See Edge so Richtung, sagen wir mal, One World Trade Center. Ah ja, da runter. Aber du hast natürlich auch links das Empire, was nicht weit ist. Nach hinten raus, Central Park, hast du dann nur geschlossene Aussicht. Den sieht man auch von da, den Central Park? Durch Fenster. Ah ja, okay. Du kannst auch mehrere Etagen da gehen. Und vielleicht ein kleiner Tipp noch, wenn man runterfahren möchte, da war es recht voll wie ich da war. Und das war echt ätzend. Ich muss ehrlich sagen, es war recht voll und selbst Tim hat gesagt, boah, ist das voll hier. Und wenn diese Plattformen voll sind, dann machen die eigentlich auch wirklich keinen Spaß, ne? Ja. Aber wie gesagt, kleiner Tipp, wenn ihr dann runter wollt und nicht in der riesen Schlange stehen wollt, fahrt hoch ins Restaurant und stellt euch an der kleinen Schlange an. Und dann? Achso, vom Restaurant gibt es auch einen Aufzug runter. Der ist derselbe Aufzug. Achso. Und der geht dann mal ein bisschen, du bist dann ein bisschen schneller runter. Ja, das ist ein guter Hinweis. Das ist ein guter Tipp. Also wie gesagt, aber das ist natürlich auch ein Preis, wo man auch tagsüber mal hoch kann. Und ich sage euch eins, Sonnenuntergang ist alles gut und schön und ist natürlich viel, viel cooler, wenn die Stadt langsam die Lichter anmacht. Aber wollt ihr ein bisschen Ruhe haben, dann geht einfach mittags um elf. Ja. Ohne Quatsch. Und wie ist denn der Aufzug so? Sind da irgendwelche Spezialitäten drin? Ja. Animationen und so? Bei fast allen Aufzügen sind Animationen, wo ich jetzt war, aber so richtig spektakulär ist es jetzt nicht. Ein bisschen spektakulär ist es dann schon, wenn du da oben, könntest du rein theoretisch auch buchen, dass du dich abseilst. Ah. Du gehst dann so diese Schiefe, da ist ja so ein bisschen so schief. Ja, ja. Das kostet natürlich extra, ne? Ja, natürlich. Das kostet alles extra, aber das ist auch was, was ich nicht brauche. Ja. Ja, das war noch irgendwas zu Edge oder machen wir Haken dran? Nö, aber wie gesagt, kann man machen, wenn man nur den normalen Preis bucht, kann man das ja auch noch zusätzlich zu einer anderen machen. Wenn ich jetzt sagen, wird dann am Ende mal sagen, ich war One World, war ich noch nicht, aber ich kann zumindest von denen sagen, wo ich auf jeden Fall drauf gehen würde. Ja. Gut. Okay, dann gehen wir zum nächsten teureren und das ist auch das Allerneueste, was wir hier haben und zwar ist das das One Vanderbilt. Das ist direkt neben Grand Central Terminal und da kostet der günstigste Aufstieg oder der günstigste Ticket nach oben sind 39 Dollar. Ja, Summit One Vanderbilt, so genau heißt es glaube ich. Da warst du schon zweimal, ne? Da war ich zweimal gewesen und das ist eine Geschichte, also so für Leute, die so auf Style, auf Stylisch, auf Dekoart und sowas stehen. Also wir haben hier keine, sagen wir mal, Aussichtsplattform, wo man jetzt einfach frei raus fotografieren kann, sondern auch, du hast zwar auch in Außenbereichen, kleinen, aber keinen großen, die Hauptsache spielt sich drinnen ab in Räumen, in verschiedenen Räumen, über verschiedene Etagen, so Themenräume, ne? Du kommst halt, also erstmal auch vom Aufzug unten geht's direkt hoch. Unten ist jetzt keine große Ausstellung, aber die Aufzugsfahrt ist schon so ein kleiner Film, ne? Das ist schon ein bisschen, da wird auch ein Film vorher, eigentlich wird überall so ein kleiner Film gezeigt, wie das Ding gebaut wurde und so, das machen sie schon ganz gut. Und ja, das ist eine Sache, die kann man schon machen, ne? Also wenn man vielleicht schon woanders war oder es in New York war, auf Empire oder sonst wo, dann würde ich sagen, ja, das lohnt sich schon. Ich glaube auch da lohnt es sich, also entweder tagsüber ist es nicht so voll, ne? Aber gegen Abend, wenn das da überall leuchtet und so, dann wird es richtig cool, ne? Ja, dann sind die glaube ich alle gleichermaßen ausgebucht. Du kriegst auch unten eine Sonnenbrille, weil oben ist alles verglast und verspiegelt und Anne hatte, also meine Frau hatte echt Angst da rein zu gehen, weil du denkst auch wirklich, boah! Weiß nicht, wo du hinlaust, ne? Überall Spiegel und du meinst auch wirklich teilweise geht's nach unten und die Fenster sind bis runter gezogen und teilweise auch so in Boxen raus gezogen. Das heißt also, du stehst in so einer Box und kannst dann auch runter auf den Bryant Park gucken, weil da oben ist das ja, ne? Ja, hier. Ja, da oben ist es, genau. Und, boah! Ich sag, also es ist von Ken so, das ist ja so ein Designer designt, da ist ein Raum, da fliegen so silberne Luftballons drin rum mit so einer Nebelmaschine und da gibt's auch eine Bar oben, die sehr schön ist. Wie gesagt, ich blende all die Bilder ein. Wunderbare Aussicht auf das Empire State Building, weil ihr seht hier, da. Ja, das ist so da, ja. Ja, also eine der besten Aussichten auf das Empire State Building, vielleicht auch noch von The Rock, aber hier, das Ding ist auch recht hoch, ist nochmal einen guten Eck, einen Tacken höher wie The Rock, wo wir gleich noch zu kommen. Ich würde sagen, kann man empfehlen, aber auch da gibt's verschiedene Packages, ne? Mit Cocktail, ohne Cocktail, ich meine, das brauchen wir alles nicht. Ja. Aber man will vielleicht schon... War das das mit dem Außenaufzug, was du auch hattest? Ja, genau. Den würdest du gar nicht empfehlen, ne? Nö, weil da fahrt ihr nur ein paar Meter weiter hoch, macht da oben ein Selfie und fahrt wieder runter. Das könnt ihr euch sparen, das für 20 Dollar extra. Nö. Ja. Würde ich sagen, nein. Habe ich aber, glaube ich, auch in meinem Video, glaube ich. Ja, hast du erwähnt irgendwo, ja. Nö. Aber es ist aber trotzdem cool, ne? Also, wer so... Was ich ein bisschen seltsam fand, war dieser Raum mit den Bällen drin, ne? Ja. Also, wo jeder diese Bälle antatscht, ansabbert und dann kriegst du die ins Gesicht. Ich meine, gerade, wo wir so versuchen, aus dieser Pandemie rauszukommen, ist das alles so ein bisschen kontraproduktiv. Also, ich würde vielleicht sagen, dass das die Aussichtsplattform für Influencer ist. Du kannst in jedem Raum tausend verschiedene Fotos machen, auch in diesem Spiegelraum da, ist schon cool, ne? Und wenn du dir Zeit lässt, aber das ist halt nichts für jetzt, sich mit dem Fotoapparat irgendwo hinzustellen und in Ruhe Fotos zu machen, ne? Kinder, Family, vielleicht auch ganz nett, ne? Die mit den Bällen da spielen und so. Und oben kannst du halt einen Twink nehmen, wenn du noch Bock hast. Also, ja, kann man... Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Okay. Sollte man gemacht haben. Und ist ja auch gut zu erreichen, mitten in der Stadt. Sollte man gemacht haben, wären wir ja gleich zu kommen, wenn man nur einmal hinkommt. Dann würde ich was anderes empfehlen. Ja, okay. Na ja, machen wir mal weiter. Arbeiten wir uns weiter hoch. Wir hatten jetzt ein Wanderbild und als nächstes käme schon das Rockefeller Center. Top of the Rock. Da gehen die Tickets ab 40 Dollar für einen Erwachsenen los. Der Klassiker, würde ich sagen, Rockefeller Center. Warst du schon mal da? Da hatten wir sogar mal ein Jahresticket, als es die damals noch gab. Genau. Da konnte man ein ganzes Jahr für Oma da hoch. Kannst du ja auch einiges dazu sagen. Also, auch Rockefeller Center ist jetzt nicht der große Bahai unten mit großer Ausstellung und so. Und im Aufzug, ja, so ein bisschen Flash und ein bisschen. Ja, im Aufzug. Also, als ich das letzte Mal drin war, da ist einfach ein Glasdach. Da kannst du in den Schacht reingucken. Ja, genau. Und da hängen Lampen drin. Ja, genau. Und so ist das auch. Also, nichts wirklich Spektakuläres. Für Fotografen die beste Location. Weil da auf der zweiten Ebene. Ganz oben auf der obersten Ebene Mauern sind. Und da könnt ihr eure kleine Stative mit euren Kameras hinstellen. Und auch ein wunderbarer Blick auf das Empire State Building. Also, ein Rundumblick eigentlich überall drauf. Kein Schmierglas. Auf Thunderbild, auf alles. One World ist weit entfernt. Aber wenn man Tele hat, ist dann alles kein Problem. Das ist der Spot für Fotografen. Da werde ich auch noch einmal hochgehen, denke ich nochmal. Ich habe mich dann auch da eingeloggt. Das kostet so ein bisschen mehr dann zum Sonnenuntergang. Bin aber eine Stunde vor Sonnenuntergang hoch. Und habe dann wirklich, konnte so lange oben bleiben, wie ich wollte. Ich hatte allerdings das Glück, da war noch keine Pandemie noch. Ja, war noch nicht so viel los. Da muss man sich dann halt, dann muss man seinen Platz behaupten. Am besten vorher auf den Klo gehen, dass man dann auch da sitzen bleibt. Aber das ist halt der Klassiker. Da oben gibt es dann auch jetzt nichts zu trinken in dem Sinne. Sondern ihr könnt dann, da gibt es fast zwei Ebenen. Wie du so gesagt hast. Ja, das stimmt. Da sind nur Souvenirshops. Wenn es ein bisschen kühler ist, dann ist die untere Ebene, ist auch nichts drin oder so, sondern alles draußen. Aber die untere Ebene ist halt windgeschützt durch die Gläser. Ja. Aber da ist halt noch ein Souvenirshop. Und ihr seid ja halt in dem Rockefeller Center halt drin. So ikonisch. Wenn ihr runterfahrt, seid ihr auch direkt dabei. NBC ist das glaube ich, ne? Ja, genau. Da gibt es, es gibt da auch noch ein Museum in dem Haus drin. Aber da war ich auch noch nicht. Ja, da gibt es auch noch ein Museum, genau. Aber wie gesagt, ja. Auf jeden Fall, ja, die Empfehlung für Fotografen würde ich sagen. Ja, Rockefeller ist schön. Wo sagen wir jetzt? Jetzt geht es weiter. Zum nächsten teuren Jahr ist schon One World Trade Center unten im Financial District. Da kann ich soweit nichts drüber sagen. 43 Dollar, ja. Das aller beeindruckendste, fand ich, ist da echt die Aufzugfahrt, ne? Weil da wird auch, da stehst du quasi in einem Aufzug drin, der nur aus Fernsehern besteht, also Bildschirme um dich herum. Und du siehst, du fährst unten los und siehst nur Marschland, also ein leeres Manhattan. Und je weiter du hoch fährst, desto mehr wird die Stadt aufgebaut. Die baut sich quasi über die Jahre um dich herum auf. Und die Animation, die ist schon ziemlich genial. Das ist im Thunderbird auch so ähnlich gemacht. Die Animation, also der Film im Thunderbird, wo wir gerade nochmal sagen, war auch ganz cool gemacht. Das können die Amis ganz gut. Ja, also das Entertainment drumherum ist da schon ziemlich gut. Auch oben, bevor man dann in die Aussichtsplattform reingelassen wird, kommt man quasi aus den Aufzügen raus und schaut sich auch noch auf so einer Leinwand einen Film an. Und wenn der Film dann vorbei ist, blendet der über in, also dann geht die Leinwand, wird hochgezogen, wie so eine Jalousie und dahinter sind halt die Fenster und du guckst auf die Stadt drauf. Und vorher hast du halt den passenden Film dazu gesehen, wie auch das Ding gebaut wurde und dann blendet das in das richtige Bild rein. Also das ist schon alles sehr perfekt gemacht. Ja, also Jensehaut kriege ich jetzt schon wieder hier. Ja, und dann kann man da oben auch so lange drin bleiben, wie man will. Es gibt ein Restaurant auch und auch eine Bar, da kann man sich ein Eis holen. Alles natürlich sehr teuer und Souvenirs. Und es hat auch zwei Ebenen, wo man halt gucken kann. Was es da nicht gibt, ist eine Freifläche. Also da kommt man überhaupt nicht raus. Da muss man nur durch Fenster gucken. Ja gut, da müssen sie auch ein bisschen was drumherum bieten. Da denke ich mal nur Fenster. Deshalb Thunderbilt genauso, die bieten halt auch drumherum einiges. Nur Fenster. Ja, aber es ist halt auch sehr hoch, das Haus. Und da will man wahrscheinlich auch kein Risiko eingehen. Man sieht die Verano, heißt die glaube ich, Brücke. Also die Autobahnbrücke, die von Brooklyn nach Staten Island geht. Quasi der Eingang vom Atlantik nach New York rein. Ja. Da sieht man die ganzen Schiffe rein kommen. Die Frau Liberti sieht man. Da ist man recht nah dran, ne? Ja, der kann man auf den Kopf spucken. Auf der anderen Seite sieht man die Flieger in New York starten und landen. Da hat man einen sehr guten Blick. Empire State Building sieht man von überall. Also und man kriegt hier so ein iPad, kriegt man mit. Und da kann man dann auch, je nachdem wo man das hinhält, sagt einem das, was man da gerade sieht. Das hört sich ziemlich gut an. Hast du noch Filmausschnitte davon? Ähm, Ausschnitte? Wenn, dann musst du die aus meinem Video rausholen, die ich da habe. Okay, alles klar. Muss ich mal gucken. Aber wenn ich das grabben kann, dann spiele ich mal was ein. Weil ich weiß nicht, ob ich es noch mache. Muss ich mal gucken. Ja. Ich hab auch die Aufzugsfahrten quasi separat aufgenommen mit der 360 Grad Kamera. Dann könnt ihr auch einfach den Aufzug fahren und euch auch im YouTube quasi bewegen und rumdrehen und rumgucken. Genau, für die YouTube-Video-Podcast-Zuschauer. Der Kanal von Holger ist ja verlinkt und dann findet ihr das Video auch da drauf. Genau. Ja und wie gesagt, ab 1943, wir hatten auch ein Premium-Paket gekauft und das war es auch nicht wert. Weil das Einzige, was da dabei war, war irgendwie ein 10 Dollar Gutschein pro Nase für den Shop oben, für das Café. Aber für 10 Dollar kriegst du ja nichts. Ein Stück Kuchen und Kaffee. Ja. Also wie gesagt, diese Premium-Pakete. Also ich sag jetzt mal gleich, bei einer wird sich wahrscheinlich das Premium-Paket sich lohnen. Bei dem nächsten wahrscheinlich, da werde ich dann was zu sagen. Ja gut, dann gehen wir zum teuersten Aussichtspunkt in New York City und das ist das gute alte Empire State Building. Da warst du zuletzt drauf. Genau. 44 Dollar, ab 44 Dollar für einen Erwachsenen. 44 Dollar, wobei man das aber, das könnt ihr direkt vergessen, 44 Dollar. Dann seid ihr mal gerade auf der untersten Etage. Ihr müsst da schon, ganz ehrlich, wenn man aufs Empire State Building geht, dann werden wir auch ganz nach oben. Definitiv. Ja. Und dann sind wir bei 88 Dollar und das Tag ist über. So, fertig. Und das Package müsst ihr auch buchen. Und ich sag jetzt mal, ich habe mich lange dagegen gesträubt auch. Aber die Jungs, die wollten hoch und ich sag, na gut, dann gehe ich mit. Weil ich denke mal einmal auf dem Empire gewesen zu sein, wenn man in New York ist, das gehört sich schon irgendwie. Weil es ist schon ein ikonisches Gebäude und eines der ikonischsten Gebäude, würde ich sagen. Der ganze Start ist nach dem Ding benannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste meine Meinung danach ein bisschen ändern. Ich kriege jetzt auch gerade Gänsehaut, weil man da dran denkt. Also erstmal haben die das extrem gut gemacht. Die haben unten den ganzen Eingangsbereich, wie gebaut wurde, eine Art Museum und Animationen und mit King Kong und bla bla bla. Da, wie gesagt, es ist auch ein Video online. Das kommt jetzt dieses Wochenende, beziehungsweise ja. Also ist online extrem cool gemacht. Und ich würde sogar sagen, für Fotografen geeignet. Natürlich nicht für Fotografen geeignet, die das Empire State Building fotografieren wollen. Da muss man einen großen Spiegel mitnehmen. Das ist das Problem. Ich blende euch jetzt immer mal die eine oder andere Szene ein hier. Man kommt unten rein und man hat ständig irgendwo was, auch wo man Bilder machen kann, auch Selfies oder so, aber wirklich cool auch gemacht. Dann überall, wo man reingucken kann, wo dann gezeigt wird, wie das gebaut wurde, wo die Jungs da oben auf ihren Dingern da rumspaziert sind, wo King Kong. Du hast eigentlich so einen Raum, da steht so ein Telefon, so ein Sekretärienpult und dann so zwei Fenster, da haben sie so Bildschirme hinter. Man guckt einfach mal so King Kong kurz so da rein oder fliegen irgendwelche Doppeldecker drüber, wie man es so kennt. Also das ist schon ganz, ganz cool. Und wie gesagt, ihr kommt mit dem normalen Ticket nur auf die unterste Etage und dann gibt es halt noch einen Balkon. Und dann gibt es aber noch das ganz oben und zwar, wenn man jetzt hier guckt, und zwar ganz oben und damit meine ich auch ganz oben auf der Spitze. Und das ist glaube ich eigentlich, ich glaube, das ist der höchste Aussichtspunkt von New York. Das ist noch höher wie One World. Ja gut, aber nur weil One World quasi von hier aus im Loch steht. Ja, ja, aber das Ding da oben, dieses ganz runde Ding da, ist ziemlich klein. Da passen nicht allzu viele Leute rein und da gibt es nochmal einen extra Aufzug hoch, wo dann auch kontrolliert wird. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, einmal rund zu gehen. Und ja, ihr hört schon, ich sag jetzt mal, in der Verbindung, also ich würde jetzt sagen, Summit ist auch spektakulär oder so weit. Aber Empire ist halt Empire, 1930 gebaut. Leute, ihr geht da unten rein, das Marmor. Die Aufzüge sind Marmor. Das hat einfach Stil. Die Typen, die da rumstehen, sehen aus, als ob sie da in den 30ern gestanden hätten. Warst du schon mal da? Ja, unten drin war ich schon, aber oben war ich noch nicht. Ja, musst du aber mal gedacht haben. Auch wenn es bitter ist und richtig reinreist. Drei Personen waren 260 Dollar oder sowas. Ja, es ist schon. Und das noch nicht mal zum Sonnenuntergang. Sonnenuntergang kostet nochmal knapp 20 Dollar mehr. Kehren die Leute eigentlich runter oben, wenn du mit einem normalen Ticket da bist? Ja. Also du kannst den ganzen Tag da oben verbringen? Ich hatte jetzt auch wirklich Glück gehabt. Wir waren, ich habe auch gesagt, Leute, Sonnenuntergang ist cool, alles schön, aber da wird es ratzifatze voll. Wir hatten es auch gar nicht immer hingekriegt abends, weil abends haben wir immer zu viel Bier getrunken gehabt. Deshalb wollten wir nicht mehr da hoch. Das ist eure eigene Sonne aufgegangen. Ja, und dann haben wir gesagt, naja, wir gehen um elf. Oder war es ein, ist egal, elf oder eins auf jeden Fall. Eigentlich war es total leer. Es war echt angenehm und oben konnte man an jedem Fenster stehen bleiben und gucken und so. Und dann gibt es natürlich auch genug Fenster. Also der untere Bereich ist geschlossen, aber auch alles wunderbar, mit Liebe, überall so Sachen. Ach hier, wo ich hier mit meinen 44 Dollar hinfahre, da kannst du noch nicht mal rausgucken? Ja doch, aus dem Fenster. Ach so, okay. Aber oben hast du dann mit Gittern, ne? Ja, ja. Da sind halt diese Geschichten da, wo King Kong ist und bla bla bla, wer alles schon da oben war. Mac Ryan, Tom Hanks und so weiter, ne? Und dann geht es in die nächste und das ist dann offen. Das ist dann dieser Balkon, wie man kennt, mit diesen ikonischen Durchguckdingern da, ne? Und der dann auch ein bisschen vergittert ist. Aber da findet ihr natürlich jede Menge Möglichkeiten durchzufotografieren, ne? Und da könnte man auch rein theoretisch so ein kleines Stativ aufstellen. Und ich habe auch Leute gesehen, die haben ihren Selfie-Stick da rausgehalten. Und die Gards haben also nicht gemeckert, ne? Hast du deine 360-Grad-Kamera dabei? Nee, die hatte ich nicht dabei. Ich habe nur mit dem iPhone gefilmt. Ja, schade. Ich wollte mich da auch nicht, ich wollte mich auf das iPhone konzentrieren. Aber das konntest du auch raushalten. Wobei natürlich da einem so ein bisschen die Hände gezittert haben, ne? Wenn das einem auf den Kopf fällt, ne? Genau. Äh, ja. Das Empire State. Wir wussten ja eigentlich, dass oben drauf diese Spitze da, wo Frank zuletzt drin war, das war mal als Flughafen gedacht. Eine Anlegestelle für Zeppelins. Für Zeppeline. Ja. Aber es ist nie in Betrieb gegangen. Ich glaube, einer hat mal probeweise versucht anzudocken. Ja. Dann war es so im Winter, ist das Ding fast abgestürzt oder so. Und dann ist irgendwann die Hindenburg abgebrannt und dann war die Sache mit den Zeppelins sowieso gestorben. Dann war die Zeppelin vorbei. Also wie gesagt, ja. Empire State Building ist New York pur, sage ich jetzt mal. Königsklasse, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, gehen wir mal. Du hast jetzt, ja gut, lass es ein Rating geben. Ich kann ja eigentlich nur das raten, was ich gesehen habe, also kein One World. Ich denke auch One World, denke ich, lohnt sich. Weil One World ist halt One World, ne? Ja, verschiedene Gebäude haben dann schon verschiedene Use Case. Also wenn du auf Fotos Wert legst, das Rock ist halt nicht so schön, das Haus. Nee. Da ist halt nur ein Kohler Ausblick und vor allem ein ungestörter Ausblick von oben. Ja, auch rundum, einfach hinter dir das Central Park vor dir das Empire, ne? Also wirklich ungestört. Und die besten Shows haben die neuen Hochhäuser, also hier das Wanderbild und das One World Center. Da wird viel Tralala drum herum geboten und historisch bedeutsam ist natürlich das Empire State Building vom Empire State New York, ne? Und wenn ich nur einmal in New York wäre? Ja. Also wenn ich wirklich nur ein New York Urlaub in meinem Leben machen würde, dann würde ich auf das Empire State Building gehen. Okay. Möchte ich das Empire State Building sehen, dann würde ich auch noch auf The Rock gehen oder so, ne? Oder, ja, dann kommen wir auch noch günstig hoch, ne? Aber wie gesagt, Empire State Building ist schon, also sag ich jetzt mal, aufgrund 1930 ikonisch. Das gehört auf die Bucket List New York drauf. Und der ganzen Filme. Ja. King Kong. Ich weiß jetzt nicht, ob's das, also ich weiß, dass vor der Pandemie gab's ja immer mal so Touristenpässe für eine Woche. Gibt's noch. Da ist so, die, so ein Bus ist da, so ein Hop-on, Hop-off. Ja, ja. Und da ist auch immer eins von den Hochhäusern mit drin. Ja. Also die kosten, keine Ahnung, 150 Dollar. 149 Dollar, genau. Und da gibt's viele Vergünstigungen mit. Also das lohnt sich, sich so was vielleicht zuzulegen, wenn man hier hart das Touri-Programm fahren will. Ganz genau. Also das haben auch ein paar gehabt, die hier zu Besuch waren. Jens Paul, den ich getroffen hatte. Ja, ja. 15 Minuten, da müssen wir langsam mal ein Ende finden. Was haben wir denn noch? Nix mehr. Wir sind durch, durch die Hochhäuser. Ja, Aussicht. Na ja, Aussichten. Als Nächstes gibt's einen, den Nächsten haben wir ja schon gespoilert mit den Bars. Der Nächste wird nicht nur Ruftabbars werden, sondern also Ruftabbars und Nightlife und so ein paar Geheimtipps. Und ich hab so ein paar jetzt mittlerweile wirklich. Ja, also es wird wieder so ein 40 Minuten Dings werden. Ja, aber wirklich coole Locations, die ihr so als Touristen nicht sehen würdet. Und? Auf dem Kanal gibt's, ja bei mir läuft gerade wieder ein Roadtrip von 2016, also von vor sechs Jahren. Da seht ihr mich mit Farbe in den Haaren und schlank. Ähm. Ah. Genau. Ja. Du hast doch noch so ein paar auf Lager, oder? Genau. Da kommt jetzt, kommt jetzt am Sonntag, ne am Samstag kommt die zweite Folge. Und dann, ah, hab ich am Wochenende abgedreht, wie ich mein selbstgebrautes Bier ins Fass gefüllt hab. Das muss ich noch schneiden. Das müssen wir noch trinken, dann auch noch, ne? Trink ich das noch? Ja, ja. Das ist schon trinkbar. Sehr gut. Ja, was kommt noch? Also ich würde jetzt sagen, bei mir kommt ja jetzt dieses Wochenende, kommt das Ghostbusters Haus, wo ich mit den Jungs unterwegs war. Äh, dann, äh, da drauf das Wochenende Empire State Building. Dann gibt's einen 360-Grad-Walk. Ich hab's getan. Ich hab's getan. Ach, wie über den Times Square? Times Square mit dem langen Stock. Ich hab nicht auf drei Meter ausgezogen, weil ich wäre teilweise gar nicht überall durchgekommen. Ich hab auf zwei Meter ausgezogen. Lasse raus und über den Times Square. Aber die Leute haben schon ein bisschen, selbst in New York ein bisschen komisch geguckt, wie ich dann da so gemütlich drüber gespaziert bin. Wenn das kommt, ist wahrscheinlich alles schon online, bevor jetzt der Video-Podcast online geht. Und dann ein paar Patronen-Vlogs, ne? Ja, die werden jetzt kommen, ne? Dann, äh, hoffentlich noch ein paar Wanderungen, ne? Ja. Bis in Hudson Valley. Und wie gesagt, die Zeit rennt, ne? Die Zeit rennt. Ein oder zwei Fotowalks habe ich mir eigentlich auch vorgenommen, so mal, ne? Blaue Stunde und sowas. Aber keine Ahnung, ob ich das noch hinkriege. Ich mach mir da auch keinen Stress, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Video mit der irischen Lady habe ich, glaube ich, in petto, genau, wo ich in Buschwick war, genau. Da haben wir doch den Burger da gegessen. Ah, okay. Da war gestern noch vorgestern. Ja, so ein bisschen fotografiert, einfach so ein bisschen kreuz und quer. Das ist einfach so ein stinknormaler New York-Vlog. Naja, es wird noch ein bisschen was passieren in den letzten drei Monaten hier, ne? Ja. Ja. Und jetzt müssen wir auch aufhören hier, weil es hört wahrscheinlich schon eh keiner mehr zu. Das war's wieder mit Franks Vlogs und Holger. Und ja, wiedersehen. Franky goes to Holger Wood. Und wir fahren jetzt mit der irischen Lady zu Maxorleys nach Noho und trinken Bierchen und essen was dazu. So machen wir das. Macht's gut. Tschüss. Prost. Tschüss. Chau. Schnauble. 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 Synauble. Schnauble. Da findet neически wir da ganz K speaking in dem nyaistischen Relations. Vielen Dank.